Hier haben wir eine Rotordüse vom Typ RD Masterjet. Die kann mit bis zu sechs Düsen-Einsätzen ausgerüstet werden. Wahlweise kann man sie mit zwei, drei, vier oder sechs Düsen betreiben. Man erhält dadurch unterschiedliche Ergebnisse. Ein weiterer Einfluss auf das Ergebnis der Oberfläche hat die Rotationsgeschwindigkeit und die lässt sich hier im hinteren Teil über eine eingebaute Wirbelsprombremse einstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017